Hey, hohe Kartoffeln! Ein weiterer Fortnite-Guide ist heute für euch wieder am Start und in diesem Guide geht es um Season 7 Woche 4 die Herausforderung, das NOM-Schild wieder zusammenzufügen. Das ist eine Phasenaufgabe. Phase Nummer 1 ist dafür, westlich von Pleasant Park nach dem Buchstaben O zu suchen. Ich habe es euch gerade schon mal auf der Karte gezeigt. Wir sind hier bei dieser verlassenen Hütte und direkt hinter dem Müllcontainer haben wir dann auch schon den Buchstaben O. Den können wir ganz einfach suchen. Mein Tipp ist hier, landet oben auf dem Haus, holt euch eine Waffe, dann habt ihr hier die Sicherheit ganz in Ruhe, Gegner erstmal zu eliminieren und dann den Buchstaben zu holen. Und das war es schon wieder mit diesem Video. Ich zeige euch natürlich noch die ganzen anderen Phasen auf dem Kanal in anderen Videos, aber ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle. Haut rein, macht's gut. Bis dahin, ciao!